Keine Instagram-Story machen kann, weil mein Laptop ja kaputt ist, weil mein Handy kaputt ist, mein Laptop ist müh. Was gibt es Schöneres, als Dr. Bürofans sonst beim Stream zuzuschauen? Dr. Bürofans sonst in der Badewanne beim Stream zuzuschauen. Ah ja, das wüsste ich aber, weil bist du gerade in der Badewanne. Ich dachte schon, wenn ich in der Badewanne sitze, das wäre jetzt ein bisschen quinsch gewesen. Dann hau ich die kaputt. Was genau ihr gerade durchnehmt, also, ähm, kann ich sehr gerne weiterheben. Jürgen Bakker das sagt. Ähm, Mathe war ich eigentlich immer relativ gut. Geht's um Koordinatensystem und Steigungsweg, ach du Scheiße, was ist denn das? Ja, hallo? Ja, wie gesagt, wir können so bis zum 0 Uhr, Junge. Ja, normal, äh, Käse hat das zu für mich, für mich. Döner Käse hat, ähm, Schafkäse. Voll scharf wollte ich sagen. Ich hab's abgenommen, aber fest nicht trotzdem. Ja, du, du bist auch nur Kameramann. Aber ich bin fest. Knoblauch Jakob, im deinem Alter wollte ich Frauenarzt werden. Nee, wer ist schon Babajob? Mein Kumpel, also mein Kameramann, sagt, wer ist schon Babajob. Ja, er kann ja seine Frau untersuchen, äh, seine Frau untersuchen. Ja, seine Frau, ja eben dann vielleicht noch. Also will man eine Frau werden. Ja, nicht du! Junge. Ich hingezogen bin, hab ich noch so an die 135 Kilo. Er sagt, geht noch, ja moin. Karteckchen. Scheiße, hab ich deinen Namen im Kopf, der kippt. Lul. Ich wiege als 58 Kilo, mach den, und ich nehm mich über die Schultern, schmeiß dich weg. Wenn der kommt, dann macht der erst mal auf MCB und zeig seinen nackten Hintern. Abo, nehm mich mal. Junge, mach leiser, sonst trete ich den Arsch. 2.8. Zeig den Arbeiter nochmal. Ach ja, dann muss ich wieder hier. Jo. Hier. Zeig den Arbeiter nochmal. Aja. Hier. Zeig mal den Arbeiter nochmal. Aja. Ei, 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 ei. Danach reicht aber auch mal. Zeig mal den Arbeiter, hab ich hier. Kannst du den anderen mal zeigen. Ey! Kannst du den, äh, einen Arbeiter nochmal zeigen? Gott hat. Nein. Zeig mal beide Arbeiter auf einmal. Auf den Laptop. Gute Idee. Nein! Auf jetzt. Ihr lacht euch wieder kaputt. Ne, aber ich zeig's jetzt gar nicht mehr. Ah, das letzte Mal das Spiel jetzt. Hier. Fertig. Steht sogar. Ja. Funke. So. Reicht jetzt. Es hat grad vollgeleckt. Hab nichts gesehen. Du kannst, kannst du bitte abbildern die Kamera. Nein! Kannst du mal zahlen. Hier. Fertig. Hab geteilt. Auf geht geht es. Hotaschili mobile Alex Hotaschili abonnier mich mal Hyrograd moin Alex Alex Hotaschili. Hotaschili mir nur noch 14 A. Hä? Ähm, so ich steig aus der Wanne. Meine Haut ist schon zerschrumpelt. Nice. Hotaschili. Hä? Was mein... Hä? Uh... Liebtea... Hotaschili voll langweilig hier. Hotaschili... Was? Ja, was du da... Das ist auf jeden Fall cool. Bis jetzt. Soll ich gleich den Spiegel einmachen? Ja. Ja. Nö. Du bist so lost, ne? Ja, der hat der Mund... 19, mein Kumpel noch... 18... Du fand man neulich, als ich dich genervt habe mit dem Böller in der Kamera halten, und das war nicht so gemeint, alles klar, alles gut. Aber kannst du den bitte nochmal in die Kamera halten? Direkt auch an der Kamera halten, den Böller in der Hand am besten, dass meine Hand kaputt geht und der Laptop, dann hat er uns alles verdenkt. A-a-a-alle. Nein, das ist so neu. Aber ich kann ihn auch in dir schnell denken. Hahahaha. Einfach Apel als Zigarette benutzen. Jawohl, einfach. Der Echte hat einen großen... Kaputt? Ja. Hier, ich schenk dir da mal ein paar Blättchen. Hat er mir gerade geschrieben, ne Audio. Ne geschriebene Audio. Perfekt. Hahahaha. Da ist Facebook. Hahahaha. Hahahaha. Moin Leute, wenn ich gerade erst zugeschaltet habe, ich was verpasst habe, was von einem Böller gehört. Kann ich den mal sehen. Hahahaha. Hahahaha. Der Kuppel schaltet gerade an Zigarettenstopfen und hat jetzt... Wir hatten nur noch vier Hülsen und jetzt alle vier geschrottet. Kann ich den Böller nochmal sehen? Kann ich das Bild sehen, was im Hintergrund auf dem Fensterbrett steht? Klar. Kann ich das Bild nochmal sehen? Hey, ich muss es auch sehen. Das Bild ist los. Ja, guck. Kann, ey. Das Tobi und Entfass. Hahahaha. Dieses Ost-Labs-Hausen. Ne, keine Ahnung. Kennt ihr auch nicht. Das ist Arschrittenberge. Warte, Schidi. Du willst mich heute Kompens-Haps nehmen, oder? Zeig mal's Bild nochmal. Wenn du schon dabei bist, die Böller auch. Alter, ich kann nichts mehr machen voll lassen. Hey, Alter, ich kann's mir nicht machen, mein Spaß. Ähm. Hahahaha. Voll lachen sogar, ey. Mal's Panzer-Tape nochmal. Klar kann ich machen, hier. Hahahaha. Was ist denn das Rotor auf dem Fensterbank? Ist das ein Dildo? Nein. Nein. Sieht aus wie ein Schniedel. Sieht auch aus wie ein Schniedel. Zeig mal die Böller. Soll ich mir das Bild am besten mal auf den Kopf kleben, oder? Warum nicht direkt auf die Stirn, weil ich keinen Bock hab, dass ich danach ein Glas hab? Jetzt noch aufessen. Dann sind wir auf jeden Fall vorhin. Ja. Neun. Kann ich mal die Böller sehen, und wenn du schon dabei bist, zeig mal das Bild. Da sind die Böller. Genau. Da. Und. Da. Kann ich die Böller und das Bild nochmal... Gott hat Alpi für 10 Sekunden blockiert. So ist es richtig. Immer schön den Hot-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut-Hut. Jetzt mal, was verboten ist. Ex. 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 Nein. Ich ex nicht. Aber bitte auch Ex zu schreiben. Bitte. Nein. Is. Nein. Och ne. Und jetzt schreien... Ey Alex, tut immer den Chat an. Geh immer bei dir auf dem Handy und dann geh mal in den Chat. Handy hat kein Wort. Kaden schreit jetzt auch noch. Jetzt schreit ein Vortrags-Tex. War klar. Hörst euch an, als hättest du Zungenkrebs. Den hab ich ja auch. Ähm, bevor ich gehen möchte ich den Böller nochmal sehen. So. Das Bild ist... Es ist schön. Okay, nice. Freu mich auf jeden Fall. Kummelst du grad an deinem Puller rum? Nee, ganz bestimmt nicht mit einem Stream. Ich mein... Äh... Ich ne... Wenn ich euch nicht zum, ähm... Zum, wie heißt... Zum, äh... Pinkeln mitnehme. Wie MCB. Dann, äh... Fummel ich mir hier ganz bestimmt nicht am Pimmel rum. Hier. Wollt ihr den Totalen auch? Nein. Ich kenn ihn sonst. Ich mein schon, was du meinst. Jetzt wird über Krieg gesprochen. Ähm... Ich hab... Äh... Kackschmerzen. Stress. Echt gut. Ach so. Okay. Ich bin wahrscheinlich... Tod. Aber richtig tot. Und das am letzten Arbeitsfall. Kommt bestimmt sehr gut an. Guten Stuhlgang. Ah ja. Silvester Ready. Oh cool. Hehehe. Nö. Ja. Ich bin hier grad am gucken, dass die Kacke wieder steht. Also... Ich wollt grad schon auf Google Hotter Chili eingeben. Da wär ich nur auf der YouTube da gestoßen wahrscheinlich. Also erst kacken, dann Zähne putzen. Ah ja. Ich bin auch grad aufm Klo. Nice, du Jakob. Ich arbeite hier. Das hast du nicht gemacht. Digga, mein Bett, du... Deswegen ist mein Bett. Nein, ist nicht. Tropft nur runter, ne? Boah, das ist eigentlich das Eis. Der letzte Böse. Hier, der. Alles hier. Das tropft immer noch. Feucht. Feucht fröhlich. Was im Mund bleibt, bleibt reis. Feucht. 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 Boah, was hast du da gesalzen? Ja, voll mit Absicht, ne? Du hast extra an die Seite genommen, ne? Ja, merke ich selber, wie ein scheiß Tresse ziehe. Junge. Mach mal leise. Mach mal aus. LoL. Pyrolatte. Moin. Pyrolatte. Jawoll. Jawoll. Komm dann rein, Junge. Wie geht's denn? Wie geht's? Gerade erstmal einen schönen Sprachfehler gab. Pyrolatte. Anstatt Pyro-Ratte. Es ist ein helles Licht auf jeden Fall. Was man benutzt, wenn es dunkel ist.